Ein Wither Skelett für den Anfang, damit wir nämlich nekrotischen Knochen erhalten, die wir dann wiederum veröffentlichen können zum Herstellen von Herzkanistern. Da kann man unser Lebensmunde ein bisschen erhöhen, und da tue ich dann halt einfach mal mehr aus. Gut, Monster sind aber an, das haben wir ja gesehen. Nur taucht hier irgendwie nix drauf. Was war der falsche Volinder? Hatten wir keine Nederfestung in der Nähe? Naja, alles nur so verwochene Strukturen hier. Okay. Was ist das da? Also das war so ein Glow-Schwurm-Kack-Gedönster. So. Seelen-Sand. Wenn der Haubarmut zwischendrin einfach mal ausschalten oder steigen wir schneller auf. So ein Zündholz-Dinger, oder? Ne, Blutholz. Ah, ok. Hm. Ah, ich hab Essen vergessen. Ja, das ist der. Sollte vielleicht erstmal unser Portal markieren, wo das ist. Äh, damit wir den Rückweg wieder finden, hier. Uh. Baby-Hitzenarben-Spinner. Aha. Ja. Ja, siehst du, ich find's nämlich jetzt schon nicht mehr. Scheiße. Was ist denn unser Portal? Ja, super. Fängt ja schon gut an hier. Einmalenabstecher in Netta gemacht und schon verfranzt hier. Das ist doch... Ah. Hallo? Bäh. Meine? Scheiße. Ich hab mir in keinster Weise einen Antwort wo wir gerade sind. So, wie war das hier? Markergruppen. Kein Marker da. Markergruppen war. Space. So. Alle. Tja. Ah, wo sind wir jetzt daheim hier? Äh. Allzu weit weg kann's nicht sein. Uh. Ach, die Karte lädt wieder nicht. Ich dachte eben schon, hier wär... Wär irgendwas, aber die Chunks laden nicht. Ach so, da sind die Hitze von Spinnen. Hier gibt's nämlich auch Boss Spinnen. Waren, die haunt mir am Karten. Die wir haben einfach mal 4.960 HP. Ist zum Leveln von Waffen aber mega geil. Denn für die Waffen zum Leveln, da zählt ja dann alles... Na ja, hier laden die Chunks nicht. Da zählt ja dann alles... Ähm. Da Icelandic... Wir werden... gehört einfach mal der netter auch nicht schlecht aber ich glaube ja da jetzt dann richtig netter generiert also den eigentlichen sky factory netter für waffen zum leveln wollte ich nur erklären kurz da zählt nämlich der schaden den ihr macht nicht die anzahl der monster die er tötet oder ähnliche sondern wirklich der schaden in dem verursacht wie noch immer sehen sondern er luft auch nicht schlecht so ja jetzt finde ich aber unser portal nicht mehr das ist kacke das erkennt man aber auch auf der karte nicht dass es das könnte sein so mag haben wir gesetzt unser jetpack reicht nämlich wahrscheinlich jetzt schon gar nicht mehr zum zurückfliegen oder wenn dann rechts gerade noch so gut aber jetzt wissen wir wir können noch mal straight on in eine richtung runter fliegen und eventuell haben wir dann chancen haben wir dann chancen dahinten wird das gelettet und ähnliches zu finden weil hier sind sie wie gar keine die zombies schweine alles haben wir hier aber dann reist irgendwie nicht ja nun ist der jetpack ist nämlich gleich leer fliegt da mal hoch also ist der da ist es scheiße das sind kack dunkelbomben da ja verdammt aber hier ist so ein übergang der mama gebastelt haben so das ist so ein steck der mama rüber gebaut haben ich glaube das war wegen glowstone wir haben wollten unser jetpack ist gleich tot ich muss eigentlich so ein flugs kompensator mal mitnehmen wo ist unser dämliches da unten ist es doch das ist doch okay wir müssen wir brauchen als erstmal stärkeres jetpack das bringt so gar nichts blei nachschub bis jetzt wieder da und leer also es hätte gar nicht mehr weit gereicht blei nachschub ist jetzt da das heißt normal aus und bauen da man stärkeres jetpack zusammen dass wir weiter fliegen können so leer ist es sowieso kann man mal gucken also jetpack kann man da alles noch gar nichts okay haben wir den schon ein kompensator basteln so und zwar den da so wunderbar dann haben wir den haben wir stehen gut so da fehlt noch alles signalung aber redstone silber und kupfer redstone silber und kupfer redstone silber ja das ist doch es meldet immer noch gehört das club glauben wir mal kurz raus so dass das dauert natürlich ein bisschen da muss jetzt einiges an material zusammenpressen und dann wir da wir in wir in wir war in in okay bleibt bei vier blumen ja das geht aber auch so gefressen so hat er brennt noch mal leer siehst du dachte mir doch musste euer Pfeil gemacht so haben wir wunderbar gut so das 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 können wir doch erstmal wegpacken so jetpack da da gut haben wir das 1 2 1 2 so genau wir brauchen 2 dynamos pro Teil das heißt die Dinger brauchen dann quasi vier mal 1 2 3 4 zack 2 4 6 8 8 4 stück wunderbar so und servus vier stück da sollte man sogar schon alles haben 1 2 genau und zack wunderbar so resonant da fehlt alles ok ja gut er ist ja damit auch schnell gemacht denn da 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 nein hier da so äh so und so also da fehlt enderium wird schon gut also enderperlen pyrotheum staub enderium basis platin silber und zint zint auch so das heißt hier hier schee la schee la schee la schee la blage da hens silber So dann brauchen wir noch Enderperlen, also den nehmen wir immer nur so, äh, Enderreo. Nicht Basis, sondern D-Daf. Pyroterum Staub, okay. Hier Pyroterum. Da, 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 da. Da, 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 da. Dann machen wir mal mit. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Ja, da, 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 da. Tak, 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 tak. Ich bin in falsch herum. Ach so, nee. So. Enderreo im Basis. Jawohl. So. Das langt auch schon. Tak, tak, tak. So. Das dauert jetzt eine ganze Weile, bis er das durchgedrückt hat. Das zieht sich jetzt richtig lange, aber ach Gott. So. Da, da, da. Ich finde das immer wieder geil. Da sagt man extra, man nimmt auf. Nein, da muss man anerlieren. Ohne Ende. Das ist zum Katzen. Okay. Können wir machen. Stahlsamen. Stahlblock. Nuggets. Und Werkzeug. Mehr kann man da gar nicht draus machen. Okay. Können wir die? Nein. Nein. Schade. Okay. Ähm. Da, 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 da. So. Aber wir können das ganz andere Zeug ja schon mal vorbereiten. Ja. Jetpack. So. Shatterpark. 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 Ein Elektromsunrad. Das kriegen wir hin. So. Servus. Haben wir auch. So. Dann brauchen wir nochmal. Zwei. Vier. Äh. Oh. Kein Elektrom mehr. Okay. Weder Elektrom. Noch Barren. Gut. Müssen wir also noch Elektrom herstellen. Silber. Gold. So. Schön, wenn man mal Sachen vorrätig hat. Oh. Dann das Basteln etwas leichter. So. Du bist weiter am Krabbeln. Und ja. Guck mal. Das sieht doch mal sehr schön aus. Sehr gut. So. Alter. Da brennt das ja immer noch. Ah. Puh. Oh. Alter. Ah. Ach so. Der kriegt immer nur zwei Barren raus. Das ist heftig. Hier. Elektrom flitzt da gerade so durch. Okay. So. Das langt erstmal. Aber wieder ein bisschen da. Wir können da mal weitermachen. Dann wird er ja noch eine ganze Weile brauchen. So. Da da da. Gut. Acht Stück. Wollen wir noch zwei. So. Jetpack. So. Den. 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 So. Eins. Zwei. Drei. Vier. Perfekt. Haben wir das. B. Achso. Lumio. Machen wir. Aus. Closedown. Silber. Und Zinn. Äh. Zinn. Silber. Ah. Beruh dich mal. Ja. Das ist doch. Und Closedown. So. Cut. Dips. Ah. Guck mal. Die letzten Waren sind unterwegs. Gut. Da wir dann aber noch nachher sowas automatisiert laufen haben ist das völlig banale wie lange das dauert. Denn wir haben dann mehrere Schmelzen die da arbeiten können. So. Ah. So. Mal Döschen aufmachen. So. Lumium. Genau. Vier Stück. Mehr brauchen wir davon ja gar nicht. So. Wir überlegen was man da alles zusammen hämmern muss. Das ist Wahnsinn. Lumium. Tak tak. Eins. Zwei. Perfekt. So. So. Das hat man nicht für den Level 4 Jetpack alles haben. Nicht ganz. Da hat der noch gefehlt. Ähh. Was fehlt denn da jetzt. Ah. Ich kann ein paar Losturungen wieder. So. Den haben wir jetzt und jetzt haben wir 1 Level vier Jetpack. Das ist ein mega gecraftet bis man dort ist. Ah. Ja stimmt. Versteigen kann man das ja auch noch. 10 in Dere um machen. 10 Inward, 10, ok. Das, 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 das. So, dann 10, Bastlerlegierung. Haben wir keine. Müssen aber Kupfer eigentlich auch gehen. Jetpack, mal gucken. Tingers Alloy. Bronze oder Bastlerlegerung. Ach, so rum war das. Gut. Dalaladadadadada. Dann Bomber. Na, verdammt. Okay. Enderion, das war wieder. Wie. Ender Pirotero.